Also, belastend. Belastend. An der Stelle. Was hat es mit dem M2 auf sich? Wir streamen auf einen Server, damit wir quasi untereinander wechseln können. Und, ähm, ja. Äh, keine Ahnung. Funktioniert halt heute scheinbar leider nicht. Dankeschön, der Tobi. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, Leute. Ich muss kurz einmal Pipi machen. Und dann geht's weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah. So. Hallo. Ja, belastend, ey. Seonin, vielen, vielen Dank. Zehn gegiftete Community Shops wieder. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ehre. Ja, wir sind fast bei 21.000, ey. Dann geht's schon weiter. Holy shit. Ähm. Im Ruhrgebiet gibt es aktuell eine Störung beim Upload. Betrifft. Vodafone und Kabel, ja, das wär schlecht, weil das ist meine Backupleitung, mit der ich gerade streame. Deutsche Glasfaser, also ich krieg halt, das Schlimme ist, ich krieg halt so viel Download oder Upload, Download, dass das halt aussieht, als wenn es reicht, aber irgendwie nimmt Twitch oder der Server, irgendwas ist problematisch. Ich weiß es nicht. Hatze. Dankeschön. Hatze. Vielen, vielen Dank für, äh, zehn Subs. Dankeschön. Und Maria gönnt auch nochmal zehn Subs. Lol. Es geht weiter. Vielen, vielen Dank. Also, das ist nice. Ja, ähm. Als ob da irgendwie so ein hoher Paketverlust ist, ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung. Das war ja halt am Anfang halt auch ohne Probleme. Deswegen, äh, hab ich auch noch über, äh, Deutsche Glasfaser gestreamt, ich weiß es nicht. Äh, Redskin, Dankeschön für fünf Subs. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, also, äh. Dann, würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in, äh, Resi, oder? Rein in Resi. Ins Finale. Wollte ich nämlich heute durchspielen. Bis 18 Uhr. Aber jetzt Zeit. Und dann gucken wir mal. Zuzis. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Zuzis. Für die, äh, Subs und Partyprints. Auch danke an dich für fünf Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Leute. Oh, Update von Mechabellum. Das lade ich mal runter, weil das will ich ja heute spielen. Um 18 Uhr. Mit Edo P, Smash Lunatic. Und Fish Corp. Ich denke mal kurz das updaten. Road to 21k. Ja, Pia feiert an. Let's go. Ja, ich glaube, das könnte dann stattfinden, doch, in diesem Stream. Könnte ich mir vorstellen. Äh, Resident Evil. Ja, noch 90. Das ist nicht mehr viel. Das stimmt. Ich sehe J-Bug-Gurken. Ja, ich mich nicht. Aber ich werde ja dazu gezwungen. Also, was heißt gezwungen? Ich habe es mir ja selber ausgesucht. Ich hätte ja auch was anderes nehmen können. Aber, ey. Resident Evil. Kurz einmal das Spiel wechseln. So. Dankeschön. Da kann eigentlich die... Eigentlich könnte ich... Eigentlich könnte ich das ausstellen, dass hier die Stubs angezeigt werden. Weil die werden ja sowieso oben rechts angezeigt. Das hat mir ja doppelt gemoppelt. Wenn wir jetzt eine viel schönere Anzeige, finde ich. Ähm, ja. Als Fan von Schalke, wer ist mein Lieblingsspieler? Henning... Henning Matriciani. Das ist eine absolute Legende. Henning Matriciani, ey. Das ist... Boah. Da träumt... Da träumt Dortmund nur von... Von solchen spitzen Verteidigern. M.A.S. Jordan. Dankeschön. Henning Matriciani. Den kennt man doch. Schalke steigt nicht ab. Niemals. Glück auf, Leute. Niemals. Wegen den ähnlichen Haaren. Genau deswegen mag ich Henning Matriciani so sehr. Heißt der überhaupt Henning? Ich weiß es nicht. Zukünftiger Weltfußballer. Ja. Absolut. Okay. Jetzt muss ich kurz nochmal wieder überlegen, wo wir denn sind. Wir sind im Frachtdepot unterwegs. Wir waren in dieser scheiß Sezir-Station. Ja. Scheiße. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss jetzt hier durch. Muss ich da lang? F. Unliebsame Naga. Also Rattenbeseitigung müssen wir machen. Tommy. Dankeschön. Für zehn weitere Subs. Vielen, vielen Dank. Ah. Wo sind denn die Ratten? Im Frachtdepot. Durch da links hin? Durch da hin? Ja. Wir müssen mal Ratten killen. Ah. Ja, 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 ja. Hier kann ich mich wieder dran erinnern, so ganz vage. Okay. Wenn ich da runtergehe, dann gibt es, glaube ich, keinen Weg wieder zurück. Und da bin ich, glaube ich, gekommen, ne? Alter. Nimm mich ab. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Entferne dich. Okay. Bleib entferne dich. Ja. Alter, Seonym. Könnt auch nochmal. Okay. Wollt die Subs voll haben, habe ich das Gefühl. Das ist aber nicht hier. Abfallbeseitigung ist falsch, ne? Hier habe ich aber eine Ratte gehört. Die gehört aber da nicht zu, ne? Ah, ja, jetzt bin ich hier an der Stelle. Oh mein Gott. Ethan, dankeschön. Okay. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hast du einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Ja, ich habe einen Auftrag erfüllt. Moment. Ich habe einen Auftrag erfüllt? Ich habe wirklich einen Auftrag erfüllt. Kampf der Medaillons. Da kann ich dich begeistern. Tauschen. Sextroy, Monkey Bro. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Subs. Dankeschön. Ähm. Naja, wollen wir nix. Schutzweste holen wir uns. Weiterhin viel Glück, Fremder. Hier haben wir alles komplett. Verkaufen. Kann ich das verkaufen? Ein hervorragender Deal. Die Kronen machen wir dann nochmal später. Kann ich stirb mir da draußen nicht weg? Sehr, sehr lieb. Dankeschön für alle Subs. und, äh, Unterstützungen von euch. So. Wo kommen jetzt hier die Gegner? Stecker! Dankeschön. Achso, ich muss sie auffangen. Danke. Hm, bitte. Stecker, du geile Ratte. Ratte? Du geile Schlange. Ratten muss ich killen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass hier gerade so eine Ruhe vor dem Sturm ist. Ich da runterspringe, du Duli. Ja, gucken wir uns das hier erstmal an. Was kann ich hier mitmachen? Toll. Ja, ich muss hier wahrscheinlich durch, ne? Tim Master, dankeschön. Vielen Dank. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Klingo! Viel, viel Dank. Oh mein Gott! Und Zeonym! Wir haben die 21.000 geschafft. Wupp, 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 wupp. Okay. Ähm. Das ist nice. Färbe ich mir jetzt kurz die Haare. Rein in die Haare. Das kann ich gleich nochmal machen. So viel hab ich jetzt auch nicht gespielt. Ich dachte, das dauert länger, ehrlich gesagt. Ja, Ehre. Viel, viel Dank. Ihr seht schon die nächste Challenge. Haare färben incoming. Ja. Schauen wir mal, wie das wird. Also. Ich hab gehört, man sollte sich die Haare nass machen, damit das besser hält. Deswegen werd ich mir gleich die Haare nass machen gehen. Äh. Ich werd aber natürlich nochmal die neue Challenge für euch einstellen. So. Next goal, Leute, ist... Jay. Mian. Der... Nacht... Talk mit euch. Da hab ich mir überlegt, um das nur schon mal auch zu erklären, was ich mache. Wir werden uns... Die, die mit mir reden wollen, wir werden das so machen, dass wir... Da habt ihr quasi auf den Teamspeak joinet. Die Mods vorher einmal hören, was ihr so zu erzählen habt, beziehungsweise eure Mikrofonqualität. Und dann zieh ich euch hoch. Und dann quatschen wir über irgendwas. So, keine Ahnung. Zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten. Ich weiß nicht was. Mal schauen. Also, worüber ihr reden wollt. Über euren Beruf. Über mich. Über wen auch immer. Mal gucken. Vielleicht auch Seelsorger. Dann sag ich, Suizid ist nichts für mich. Mal schauen, was passiert. Vielleicht über meinen Lieblingsverein Schalke. Ich gucke. Also, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall das vierte Sub-Goal. Aber erstmal ist das nächste Runde CS-Zocken und pro Tod eine saure Gurke essen. Saure Gurken sind hier. Schön Cornichons. Und ich sag mal so, da sind ganz schön viele drin. Das wird natürlich so halb weggekieht. Aber ich sag mal so, da sind einige drin. Da hab ich mal gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock. So. Ich geh mal kurz die Haare nass machen. Dann hol ich noch einen Föhn. Und dann geht's los. Bis sofort. Umbau Pause. Und dann geht's los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich denke das Haare färben passt klassische Oma Lila, herrlich, oder? mhm, schick das steht dir echt, sieht gut aus ja ich, äh werde ab jetzt immer Oma Lila tragen, ja mhm, mhm so ein Assi Oma Lila, oh ja, hier wie ist die so Oma Violetta oder sowas, ne von, von, von Zirkus Halligalli hat sie die nicht auch so Haare? das ist Lavendel, Leute was ist mit den Augenbrauen? Das hab ich jetzt weggelassen weil, wenn das so abfärbt dann färbt das nachher mitten auf meine Brille drauf und das will ich nicht, oder vielleicht auf das Brillenglas, das ist no chance das, das kann ich nicht machen Bleeder hallo Franzi der jetzt Ravens-Fan durch und durch Pia du kannst mir nicht so, so ein Dolch ins Herz stechen also ich muss heute schon Schalke-Fan sein, ja Ravens-Fan bin ich heute nicht ja, Brille absetzen soll ich die ganzen Stream jetzt 24 Stunden nur ne Brille streamen, oder was? was ist das für ne Antwort? ach man Pia, ey ich würd sagen, ich bin Vikings-Fan damit kann ich schon eher leben da kann ich wenigstens noch Happy und, und Delta ärgern hättest du mal Orange genommen Orange hatten sie nicht belastend alter, wir sind schon wieder bei 71 Subs oben drüber über dem Ziel von, von den 21.000 holy shit, dankeschön KI Prox hat zum Beispiel vor 4 Minuten 10 Subs gegiftet, dankeschön vielen Dank warum nicht Königsblau, weil ich keine Farbe dafür bekommen hab ich will Jamie haben ja, dann wisst ihr Bescheid das ist das nächste Ding was wir machen werden so, jetzt kann ich aber in Resi rein Resi Resi ja, und ihr könnt euch schon vorstellen was dann, wo meine 5. Challenge ist, ne lieber Chad Schalke Tattoo, ja Schalke Tattoo, ja Schalke Tattoo, ja Vielen Dank.